Hallo, willkommen bei behindert-barrierefrei.de. Wir sind auf der Messe Karlsruhe Rehab und Gabi Bayer von MyFrenkie. Ihr habt dieses Jahr ein niegelnagelneues Modell Apache und Sitting Bull dabei. Lifestyle, schicker, schlanker, mit Chromfelger habe ich gesehen. Da wollte ich dich ein bisschen was fragen zum Produkt. Kann man es hier Probefahren auch? Ja, man kann es hier in Halle 2 Probefahren. Wenn wir es nicht schaffen hier auf der Messe, wo ist denn euer Sitz von MyFrenkie? Dann kann sich jeder bei MyFrenkie melden. Dann machen wir auch Probefahrt bei uns in Kirchheim, Tick. Okay, und da sind wir auch natürlich behilflich. Wir haben ja selber einen. Okay, also wir freuen uns auf euren Besuch. Bis bald, euer Olli und Willi und Gabi. Tschüss.